Halbzeit Ging es hier um die Schuette, wäre im Moment noch nicht klar, wer am Schluss gewinnt. Halbzeit ist auch beim Bau der neuen Schwimmhalle hier im Neufeld. Und hier deutet alles darauf hin. Am Schluss gewinnen alle. Seit der Grundsteinlegung im April 2021 ist es zügig vorwärts gegangen. Zwei Födenmigen Dach prägt schon heute der Bau. Lauft weiterhin alles nach Plan, werden wir hier im Herbst 2023 schwimmen, Wasser springen und die Kinder nach Herzenslust planschen.